Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge und willkommen zur allerersten Folge in diesem noch sehr jungen Jahr. Ja, wir stoßen gleich natürlich nochmal an mit euch. Es ist gar nicht mehr so jung dieses Jahr. Wir waren aber bislang auch nicht untätig und danke an alle, die sich nach unserem Wohlbefinden erkundigt haben. Das waren ja doch einige. Es gab aber auch einige, die haben gesehen, was wir in der letzten Zeit gemacht haben, nämlich das, was wir maßlos zu viel an Fotolaborequipment haben, haben wir verkauft. Das Geld soll in eine neue Aufnahmemethode fließen. Wir wollen uns technisch etwas erneuern. Ihr merkt sicherlich, die Qualität von diesem Video ist nicht ganz so toll, aber wir arbeiten dran, würde ich sagen. Und wenn ihr die nächsten Wochen dranbleibt, dann werdet ihr sicher auch was sehen. Aber heute machen wir ein Video. Genau, und zwar über Lichtquellen im Bild. Auf diese Idee bin ich so ein bisschen über Weihnachten gekommen. Deswegen sind da auch ganz viele Beispielbilder, die ich über Weihnachten gemacht habe, die mir auch richtig gut gefallen. Kennt ihr Adolf Menzel? Nö. Nein? Dann schaut ihr mal dieses wunderschöne Bild an. Ihr kennt ihn bestimmt alle und wer ihn nicht kennt, der muss anfangen, ihn zu bewundern, denn es sind unglaubliche Bilder, die er geschaffen hat. Tolle Zeichnungen, tolle Grafiken auch tatsächlich und eben auch dieses Wahnsinns Gemälde von Flötenkonzert von Friedrich Tralala. Das ist aber heute gar nicht das Thema. Das Thema sind die vielen Lichtquellen, die er hier im Bild untergebracht hat und diese irre Lichtstimmung, die er hergestellt hat, ganz ohne einen Fotoapparat zu besitzen. Aber wir und ihr besitzt ja einen Fotoapparat und wir haben jetzt so vier Tipps rausgearbeitet, wie ihr so eine Lichtstimmung auch in euren Fotos setzen könnt. Das Hauptproblem bei einer Lichtquelle im Bild ist der erhöhte Kontrastumfang. Die hellste Stelle im Bild durch diese Lichtquelle und die dunkelste haben einen großen Helligkeitsunterschied. Um jetzt in diesen dunklen Bereichen noch halbwegs Zeichnung zu haben, muss man die Belichtung etwas anheben. Der interne Belichtungsmesser in der Kamera wird da in der Regel versagen, da natürlich diese Integralmessungen etwas verwirrt werden durch die Anwesenheit dieser Lichtquelle. Deswegen empfehle ich, entweder mit einer externen Belichtungsmessung eine Lichtmessung durchzuführen oder eben, wenn man das kann und ein geeignetes Gerät dafür hat, eben eine Spotmessung durchzuführen und tatsächlich richtig sauber nach dem Zonensystem hell und dunkel zu messen und dann eben seine Mitte festzuleben. Ich gebe zu, in der Praxis tue ich das relativ selten, denn es ist ja doch ein relativ langwieriger und aufwendiger Job und wenn man gerade noch Leute im Bild hat, dann sind die natürlich schon einigermaßen genervt, wenn man mit seinem analogen Zeug da umeinander tut. Deswegen empfehle ich als haushaltsübliche Gebrauchsmethode ganz einfach die mittenbetonte Messung, die ja die meisten Kameras haben, auf einen Punkt zu richten, den man so ungefähr von der mittleren Helligkeit bevorzugt, die Kamera dann manuell genau darauf auszurichten und dann auszulösen. Notfalls kann man ja ein paar unterschiedliche Versuche machen. Belichte die Schatten, entwickle die Lichter. Das Credo von Ansel Adams stimmt natürlich auch in diesem Fall, gerade wenn wir eben so einen hohen Motivkontrast haben mit der Lichtquelle mitten im Bild. Um das jetzt auszugleichen, gibt es ausgleichende Entwickler. Das sind im Wesentlichen die ganz normalen, die man etwas verdünnt. Der Nachteil ist, die Empfindlichkeitsausnutzung sinkt sehr. Ausnahme? Richtig. Rodinal. Rodinal, da steigt sie bei steigender Verdünnung sogar nochmal ein bisschen an. Meine bevorzugte Variante ist allerdings eine andere, nämlich die Belichtungsautomatik direkt im Negativ mit einem Zwei-Wart-Entwickler. Das haben wir euch in diesem Video schon mal genauer vorgestellt. Das ist der BTT-B-Mod-Entwickler, der den ganz großen Nachteil hat, dass man ihn eben selber aus Rohchemie herstellen muss und dass eben Zwei-Wart-Entwickler ansonsten gar nicht so weit verbreitet zu kaufen sind. Es gibt aber gute Nachrichten für all diejenigen, die keine eigene Chemieküche zu Hause haben. Ihr könnt fast jeden anderen Pulver-Entwickler auch als Zwei-Wart-Entwickler ansetzen. Voraussetzung ist, dass die Entwicklersubstanzen in einem getrennten Tütchen geliefert werden. Das Schöne ist, bei den neuen Ausführungen von ADOX Atomal 49 wird der wieder in drei Beuteln ausgeliefert. Das heißt, dieses ganz kleinste enthält nur die Entwicklersubstanz und die kann in Bad A aufgelöst werden, während die beiden anderen Beutel in Bad B aufgelöst werden. Das habe ich schon erprobt, das hat wunderbar funktioniert und hat auch zu völlig guten Ergebnissen geführt. Deswegen auch für den Heimanwender jetzt ein Zwei-Wart-Entwickler zum Vorzugspreis. Eine weitere Methode, um den Bildkontrast zu senken, ist das Blitzen. Blitz habt ihr ja sicher selber irgendwie auch zu Hause und den könnt ihr ranschneiden und dann mit zwei Methoden, also entweder mit einem Belichtungsmesser, der auch für den Blitz mitmisst, herausfinden, wie stark ihr das einstellen soll oder halt mit der integrierten TTL-Messung. Da könnt ihr dann ja auch in bestimmten Bereichen ein Bild aussuchen und dann auf den blitzen. Es ist halt der Nachteil, wenn ihr den Kontrast dann ein bisschen aufweicht, also vergeringert, dass dieser Effekt, den wir eigentlich erzielen wollen, ein bisschen abhanden kommen kann. Es lohnt sich vor allem, wenn diese Lichtquelle, die ihr im Bild habt, ein Fenster ist und dann stark dagegen blitzen könnt. Die einfachste Methode, um euren Kontrast zu verringern, ist einfach die Lichtquelle abschirmen. Wenn ihr eine Lampe verwendet, den Lampenschirm verstellen. Wenn ihr eine sonstige Lichtquelle habt, dann irgendwie was davor stellen, damit halt eher einfach weniger Licht direkt auf den Sensor oder auf den Film kommt. Das ist auch für den Belichtungsmesser sehr hilfreich, denn da hat er nicht mehr diesen Händpunkt, den er die ganze Zeit mit einberechnen muss und kann somit viel exakter messen. Ja, ihr seht, manchmal sind es die einfachen Dinge, die einem das Leben doch sehr erleichtern können. Einfach die Lichtquelle abschirmen. Kompliziert wird es erst, wenn man ins Motiv selber nicht mehr eingreifen kann, aber da haben wir euch ja auch ein paar Methoden gezeigt, wie man das leicht umgehen kann. Ich hoffe, ihr hattet Freude an diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wir haben den Spendenbutton jetzt neu eingeführt und wem Patreon zu verbindlich ist, der kann hier gerne mal seine Anerkennung zeigen. Würde uns sehr freuen. Tschüss, bis dann.